SPRUNGER Sprunger in die Mitte, Sprunger und das ist aus 1 zu 0, Schilder Sprunger im Nachschuss, Mühne-Mehrs und Tor der Partie. Und das ist dann das 1 zu 1, Alessio Berdaccia. Ich wollte noch sagen, links läuft Maruo Jörg, aber einmal mehr wird es ein alleine versuchen und dieses Mal funktioniert es dann aus Lugano Sicht. Alessio Berdaccia fasst sich da ein Herz. Zanitz, Hoffmann wieder das Platz, Hoffmann und das ist der Führungstreffer, Gregori Hoffmann. Der Mann ist auch so nicht zu bremsen. Strafe angezeigt gewesen, da wurde er gehakt und er kommt noch einmal an die Scheibe ran. Unglaublich, Gregori Hoffmann, der beste Goalgetter der Liga. Der Translator vor dem Tor, dann Sprung ausgleich, Schilder Sprunger hat den Rekord. Glasen, schön vor das Tor gelegt und das ist die erneute Führung, Schilder Wöckler. Was für ein Zauberpass aber von Ninos Glasen. Vielen Dank.